Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Heute mal wieder zu einem Lego Technik-Set und zwar dem McLaren Senna GTR D42123 und damit mit einem wirklich, wirklich coolem Vorbild. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was Lego hier in der Technik-Reihe aus dieser Lizenz rausholen konnte. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal das Heck, was zumindest auf den Bildern sehr gut aussieht. Aber Lego kann ja auch an der einen oder anderen Stelle auf den Boxen hin und wieder etwas sehr gut kaschieren. Deshalb sehen wir uns das auf jeden Fall nochmal in echt an. Insgesamt wird das Set noch 32 cm lang und was mir ein wenig Angst macht ist, dass wir hier keine einzige wirkliche Technik-Funktion gezeigt bekommen, außer dass wir die Flügeltüren öffnen können. Wir sehen zwar noch einen Motor angedeutet, aber das ist doch relativ wenig für eine Technik-Box-Rückseite, die eigentlich meines Erachtens voll sein sollte mit coolen Funktionen, die hier angeteasert werden. Hoffen wir einfach mal, dass sich dieser Anblick nicht auch noch beim Set bestätigt. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt, beziehungsweise nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns nun das erste Mal nach 87 Bauschritten wieder und damit nach dem ersten Bauabschnitt. Wir haben schon die ganze Grundbasis für die meisten Technik-Funktionen jetzt gebaut. Einmal eben die Lenkung, auch wieder mit einem Hand-of-God-Anschluss, das finde ich wichtig. Das wurde ja teilweise bei Lego Technik-Sets einfach weggelassen und das gehört einfach für mich auf jeden Fall in den Lego Technik-Set, mit dem man auch spielen können soll. Und dann die Hinterachse mit dem mitlaufenden Motor, den wir bauen. Sehr schade ist mal wieder, die Kraftübertragung ist nur einseitig. Also auf dieser Seite übertragen wir die Kraft auf den Motor, auf dieser Seite leider nicht. Wir haben auch wieder kein Differenzial dabei, was für mich einfach in ein Lego Technik-Set dieser Größenordnung eigentlich gehören sollte. Die Teilequalität ist bisher in Lego typisch natürlich sehr gut, aber ich fand den Bau bis jetzt nicht unbedingt super spaßig. Er war nicht komplett schlecht, aber auch nicht super spaßig, er war relativ nichts zu sagen. Ich hatte noch nicht diesen Wow-Moment, den ich eigentlich bei Lego Technik so mag, dass man sich denkt, oh, das ist ja wirklich eine coole Idee oder eine coole Bautechnik, wie sie das gelöst haben oder wie das funktioniert. Aber da ja immer mehr auch an Funktionen weggespart wird bei solchen Lego Technik-Sets, habe ich das immer weniger in der Technik-Reihe. Ich hoffe natürlich, dass sich das jetzt nicht weiterhin bestätigt und dass ich mit dem Rest des Sets noch viel mehr Spaß haben werde. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich nach dem zweiten Bauabschnitt wieder. Und wir sehen uns schon nach dem zweiten Bauabschnitt wieder und wir haben halt viel fürs Aussehen von dem Fahrzeug getan. Viel mit Paneelen verkleidet und ein Großteil des Heckbereichs und der Heck-Spoiler wurden jetzt gebaut und auch leider schon sehr, sehr viele Sticker verklebt. Also alles, was ihr hier seht, dieses Richard Meil und das, auch dieses GTR und hier hinten das Senna, hier unten das GTR, ist halt alles wirklich nur mit Stickern gelöst, was doch sehr schade ist. Vom Baugefühl hat sich das Ganze für mich so ein bisschen verbessert. Ich hatte an der Verkleidung von dem Set jetzt schon relativ viel Spaß gehabt. Die Anleitung ist sehr einfach, aber es ist ja auch kein 18-Plus-Set. Sie ist aber nicht so einfach, dass es langweilig wird. Deshalb, wie gesagt, ich hatte jetzt damit auf jeden Fall mehr Spaß im zweiten Bauabschnitt als im ersten Bauabschnitt. Auch von den Bautechniken und dass es sich einfach gut angefühlt hat, wie dann Teile letzten Endes zusammengepasst haben, was ich an der Technik-Reihe auch cool finde. Trotzdem finde ich es natürlich sehr, sehr bedenklich, dass im ersten Bauabschnitt, wo wir ja eigentlich alles an Funktionen schon soweit gebaut haben, außer die Flügeltüren, die noch kommen, dass ich das mehr oder weniger langweilig fand und keinen riesigen Bauspaß hatte. Und dann im zweiten Bauabschnitt, wo wir nur die Verkleidung machen und wirklich nur für das Aussehen von dem Set sorgen und Sticker kleben ohne Ende, dass ich in diesem Bauabschnitt mehr Spaß hatte als mit den Technik-Funktionen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass wir einfach hier nichts Weltbewegendes oder in irgendeiner Art und Weise Neues oder Innovatives an Funktionen haben. Und dass dann auch noch Funktionen, die nicht unbedingt neu sind, aber die ich einfach als Standard bei so einem Set hier empfinden würde, wie eben ein Differenzial, das dort gespart wurde und man das eben nicht findet. Das ist ja leider so ein Trend, der sich jetzt immer länger abzeichnet in der Technik-Serie. Das ist nicht nur ein Ausrutscher in diesem Set hier, das ist wirklich von Jahr zu Jahr bei den Technik-Sets in genau diese Richtung gegangen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass auch der dritte Bauabschnitt mir noch Spaß macht und dass ich dann von dem Ergebnis letztendlich überzeugt werden kann. Sehen wir dann gleich mit dem fertigen Set. Und fertig ist der Senna McLaren GT-R, die LEGO 42123. Und das Ganze lässt mich ein bisschen ratlos zurück, aber da reden wir jetzt mal detailliert drüber. Ich möchte es nur noch mal ganz kurz anschneiden. Einmal die Steinequalität ist natürlich vom Aussehen und vom Baugefühl mal wieder top. Das habe ich auch schon während des Baus zugesagt. Und damit haben wir eigentlich eine super Voraussetzung mit dem Senna McLaren GT-R als Vorbild und einer super Steinequalität. Und dann kommt aber schon das erste leidige Thema, was ich nur ganz kurz noch mal anschneide und das sind die Sticker. Es sind viel, viel, viel zu viele Sticker. Die Farbtreue könnte auch bei den Stickern auf jeden Fall viel besser sein. Also das Blau ist ein bisschen dunkler bei den Stickern als beim Fahrzeug und sie fallen dann doch relativ schnell auf. Auch hier vorne kleben wir silberne Sticker auf graue Teile und das sieht einfach nicht so gut aus, wie es aussehen sollte. Und LEGO zeigt euch dann auch noch mal den Stinkefinger ins Gesicht. Denn wir haben ja zwei gedruckte Paneele. Und diese zwei gedruckten Paneele sehen gut aus und damit zeigt uns LEGO, dass sie es eigentlich könnten. Denn dieses Panel und eben auch das auf der entgegengesetzten Seite ist bedruckt. Der Rest mit Stickern. Und hier wird es aber auch schon wieder doof, weil das Silber auf den Stickern ganz anders aussieht als das Silber auf den bedruckten Paneelen. Und das ist wieder so ein Ding. LEGO zeigt uns, dass sie es können und legt dann trotzdem wieder einen riesigen Stickerbogen bei. Und dadurch, dass wir ja zwei bedruckte Paneele dabei haben, kann man die Sticker nicht beim Rest des Sets weglassen, weil es ohne die Sticker dann einfach nur dämlich aussieht. Wenn wir wenigstens dann nur Sticker hätten und nicht noch solche Prints, könnte man wenigstens die Sticker weglassen und es sieht noch ordentlich aus. Aber so macht das alles keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Und wenn wir dann über das Technik-Thema reden. Wir haben hier ein Set, was meines Erachtens in eine Creator-Reihe gehören würde oder eben als Sammler-Set aus Systemstein gebaut werden sollte, wenn man eben den McLaren GTR als Vorbild nimmt, eine Lizenz hat und das cool aussehen soll. Wenn wir es dann aber in der Technik-Reihe haben, dann brauchen wir entsprechende Funktionen. Und dann fängt das Ganze schon mal an mit. Das Ganze ist komplett ungefedert. Die Bewegung, die ihr im Set seht, ist keine Federung, sondern ein gewisser Flex. Der ist natürlich nicht so schlimm wie beim Ferrari, aber er ist trotzdem da. Dann haben wir Flügeltüren zum Öffnen. Ich finde es cool, dass wir hier wirklich Flügeltüren haben, aber das Ganze sitzt hier natürlich sehr, sehr wackelig, weil das Ganze immer nur auf einem Pin befestigt wird. Wenn diese Funktion ein bisschen fester gehen würde, wäre die wirklich, wirklich cool gewesen. Und was bleibt dann noch von Funktionen? Eine Lenkung mit Hand-of-Gott-Steuerung, die meines Erachtens in so einem Set ein Muss ist und keinesfalls ein Plus, die aber wenigstens ordentlich funktioniert. Und einen mitlaufenden Motor ohne irgendeine Gangschaltung und ohne ein Differenzial. Und gerade beim Punkt Differenzial sind wir wieder an einem Punkt, was eigentlich ein Muss ist, aber eben in diesem Set nicht dabei. Immerhin ist aber das Ganze trotzdem kleinen Flex an so manchen Stellen wirklich sehr, sehr robust zum Bespielen. Es gibt mal ein paar Systemteile, die abfallen, wie zum Beispiel hier vorne das Teil. Am Diffusor haben wir das ein oder andere Teil. Oder auch an den Seiten, wo mal etwas abfallen könnte beim Bespielen. Aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall robust und da fällt nichts so schnell ab. Und das ist aber dieser Punkt, der mich so ratlos zurücklässt. Denn wie ich es vorhin schon kurz angesprochen habe, das Ganze passt für mich einfach nicht in die Technik-Reihe. Ich meine, wer auf Sticker steht und auf Technik ohne Technik-Funktion, der ist dann hier zufrieden. Wer aber eigentlich ein Technik-Set sucht, ist natürlich mit diesem Lizenz-Set hier einfach nicht bedient, weil in diesem Set nur auf die Lizenz geachtet wurde und wenig auf die Technik-Aspekte. Das Ganze findet man auch wieder beim B-Modell, denn das existiert halt einfach gar nicht, weil wir ja hier als Vorbild ein Lizenz-Set haben und man das nicht in einem B-Modell irgendwie verwursteln wollte. Und wenn wir dann dabei sind, dass ich jetzt schon über die Funktionen besprochen habe und dann als bemerkenswertes Detail des Fahrzeugs zwei verschiedene Reifenpaare ansprechen kann, weil die vorderen dünner als die hinteren sind, das ist dann ein bisschen dünn. Zumindest für ein Set mit dieser Teileanzahl in dieser Preiskategorie, auch wenn es für Lego-Verhältnisse nicht sehr teuer ist. Aber wenn wir jetzt schon über ein Set reden, was zwar in Technik rausgekommen ist, aber eher als ein Lizenz-Set verstanden werden möchte, was natürlich dann auch wie das Vorbild aussehen will, reden wir natürlich auch noch über das Aussehen von dem Ganzen. Und wenn wir uns hier die Seite anschauen, dann ist das eigentlich echt okay. Vom Aussehen her ist das ganz gut getroffen. Ich finde, die Formen wurden gut getroffen. Es wirkt halt sehr löchrig. Aber das ist natürlich ein Technik-Problem. Das hätte man mit Systemstein anders lösen können. Der Designer konnte einfach mit Technik-Stein hier nicht mehr rausholen. Dasselbe gilt für das Heck, welches wirklich für Technik sehr detailliert ist. Und in dem auch der Designer auf jeden Fall alles rausgeholt hat, was aus den Technik-Steinen möglich war. Und wenn wir dann über die Front reden, dann ist das echt hässlich. Das sieht aus wie ein zahnloser Tiger. Und ja, natürlich, irgendwo ist es ein Spielset. Aber es ist eben ein Spielset mit Lizenz. Und deshalb sind da die Maßstäbe im Aussehen einfach größer. Und das wird diesen Maßstäben auf jeden Fall nicht gerecht. Und wie gesagt, das Ganze geht nicht gegen die Designer, denn die haben hier alles versucht. Aber der Kampf in dem Maßstab mit Technik-Teilen war von Anfang an leider aussichtslos als 1 zu 15 Set. Und den letzten Kick vom Aussehen geben eben noch die schönen bunten, roten, gelben Teile, Achsen, Pins und auch braune Akzente, die wir in dem ganzen Fahrzeug haben. Aber nun gut, das ist halt ein altbekanntes Lego-Problem, dass die Pins und Achsen immer in den wildesten Farben sein müssen, anstatt dass sie eben an die Fahrzeugfarbe angepasst werden. Und da seht ihr vielleicht jetzt auch an diesem Punkt, warum ich ratlos bin bei dem Set. Denn das Set ist nicht komplett schlecht. Es ist in Lego-Preisen, im Lego-Kosmos in vernünftiger Preis für das, was man bekommt. In der alternativen Klemmbaustein-Welt ist es natürlich immer noch teuer. Wir haben die Grundprobleme bei Lego wie immer, also die Technik-Pins, die Technik-Achsen in den verschiedensten Farben und die Sticker-Seuche. Und das Größte, was mich stört an diesem Set ist, dass es einfach falsch eingeordnet ist. Für Lego-Technik hat es zu wenig Spielfunktion und für ein Creator-Set ist es einfach nicht schön genug. Im Lego-Technik-Kosmos wurde aber alles rausgeholt vom Aussehen, was hier möglich war. Und damit hätte man dieses Set meines Erachtens einfach in der Creator-Reihe bringen müssen. Hättet da vielleicht ein 18-Plus-Set vom Aussehen draus gemacht und hättet dann ein ähnliches Set, vielleicht an diesen angelehnt, aber ohne die Senna-Lizenz als Spielset in der Technik-Reihe bringen können. Aber so wollten sie irgendwie beide erreichen und haben es aber bei keinem so wirklich geschafft. Und dann hat man so ein gemischtes Gefühl, weil ich kann nicht sagen, dieses Set ist kompletter Abfall, denn das ist es nicht. Aber es ist eben auch nicht das, was ich mir in einem Lego-Technik-Set gewünscht hätte. Und das ist so ein Grundproblem, weil meines Erachtens Lego-Technik und Lizenzen sehr oft nicht gut zusammenpassen. Und ich betone sehr oft, nicht immer. Denn es gibt genauso auch Lego-Technik-Sets mit Lizenzen, was wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht seht ihr das Ganze ja auch ganz anders als ich. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Veli-Brick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben und ein Daumen nach oben und ein Daumen nach oben und ein Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben und ein Daumen nach oben und ein Daumen nach oben.